Wer will fleißige Handwerker sehen? Ei, der muss zu uns hergehen. Stein auf Stein, Stein auf Stein, das Haus, das wird bald fertig sein. Stein auf Stein, Stein auf Stein, das Haus, das wird bald fertig sein. Wer will fleißige Handwerker sehen? Ei, der muss zu uns hergehen. Oh, wie fein, oh, wie fein, der Glaser setzt die Scheiben ein. Oh, wie fein, oh, wie fein, der Glaser setzt die Scheiben ein. Wer will fleißige Handwerker sehen? Ei, der muss zu uns hergehen. Tauchet ein, tauchet ein, der Glaser streicht sie. Krieg ich blau. Das ist doch schon blau, da. Ja, ja. Gutig und freundlich, so tapfer und gläubig, fröhlich und frisch kämpfen sie auch für dich. Leben im Wald unter Bäumen und Steinen, in ihren Höhlen, da sind sie zu Haus. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. 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 Das sind die Gummibären. Gummibären. Ja, gut, gut, gut. Krieg ich blau? Das Einzige, was mich jetzt halt stört, ist immer noch wegen meinem Schnupfen, immer wenn ich Taschentuch machen will, reiben sich hier ganz viele Pickel, jetzt sind welche aufgegangen, das ist halt ein Problem, weil...